ja heute geht es um die fahrer in f1 manager 23 gehe einfach mal durch weil es so einige sind die fahrer in f1 manager 24 Ja gut, diese Person, die gibt es nicht in echt. Das ist auch dabei, manche Fahrer, die im Spiel sind, die sind generiert, auch die sind hier, die gibt es auch nicht. Diesen hier gibt es auch nicht, diesen hier auch nicht, den auch nicht. Vielen Dank. Ja, das waren sie. Das war's.